Rentenerhöhung 2022. Kann meine höhere Rente gepfändet werden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe zum 1.7.2022 meine höhere Rente bekommen. Ich habe Schulden und die Befürchtung, dass die höhere Rente mir gefändet werden kann. Aktuell bekomme ich mit der Rentenerhöhung rund 1.400 Euro Bruttorente monatlich. Gesetzliche Renten können gefändet werden. Das ist ganz eindeutig. Laufende Geldleistungen wie Renten können wie Arbeitseinkommen gefändet werden, so sagt es uns der § 54 SGB I, Sozialgesetzbuch Nummer 1. Dennoch gibt es gute Nachrichten für alle Rentnerinnen und Rentner, die Schulden haben. Zum 1.7.2022 sind nicht nur die Renten gestiegen, sondern auch die gesetzlichen Pfändungsfreigrenzen. Der unpfändbare Grundbetrag ist zum 1.7.2022 um 6,19% gestiegen und liegt jetzt bei 1.330,16 Euro. Vorher waren es noch, also zum 30.06.2022 waren es noch 1.252,64 Euro. Arbeitseinkommen ist aufgrund der Rundungsvorschrift des § 850c Zivilprozessordnung in der Höhe von 1.339,99 Euro pfändungsgeschützt. Renteneinkommen unterliegen aber nicht nur der Pfändung, sondern wie Arbeitseinkommen sind Renteneinkünfte auch pfändungsgeschützt. So muss man sich merken. Und grundsätzlich ist immer vom Nettobetrag der Rente auszugehen. Das heißt, bei laufenden Renteneinnahmen ist niemals die Bruttorente pfändungsgeschützt, sondern ausschließlich die Nettorente. Und bei der Berechnung des pfändbaren Rentenanteils sind immer Sozialabgaben und Steuern aus der Bruttorente rauszurechnen. Denn der Staat will sicherstellen, dass die Krankenversicherungsabgaben und die Steuern auf die Rente vorrangig abgeführt werden. Und die Berechnung des pfändbaren Teils der Rente muss zwingend durch die Rentenversicherung durchgeführt werden. Dies ergibt sich direkt aus einem sogenannten Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, weil dieser von Amts wegen durch das Pfändungsgericht, das meistens immer das örtliche Amtsgericht, den Hinweis auf die Pfändungstabelle nach § 850c ZPO, Zivilprozessordnung, als sogenannten Plankettbeschluss enthält. Also praktisch eine Blankovorschrift. Sollte tatsächlich eine Pfändung ihrer monatlichen Rente drohen, so muss die Rentenversicherung bei laufenden Rentenleistungen die gesetzlichen Abzüge aus der Kranken- und Pflegeversicherung von der Bruttorente abziehen und gegebenenfalls mögliche steuerrechtliche Abzüge aus der Bruttorente eigenständig ermitteln. Somit besteht bei unserem Kunden, der angefragt hat, mit einer Bruttorente von 1400 Euro ab dem 1.7.2022 keine Gefahr, dass die Rentenversicherung aus der monatlichen Nettorente einen Pfändbarenbetrag an den oder die Gläubiger abführen kann. Denn die Bruttorente von 1400 Euro ergibt schon allein durch den Abzug von Kranken- und Pflegebeitrag bei rund 11% davon einen Nettobetrag von 1246 Euro. Die Nettorente liegt damit deutlich unter den Grundfreibetrag oder grundunpfändbaren Betrag von 1330 Euro. Damit keine Pfändung. Sollte aber tatsächlich eine Pfändung der Rente drohen, sollten Sie schnellstmöglich durch ein Pfändungsschutzkonto dies sicherstellen, weil eine Pfändung auch Guthaben auf Ihrem Konto erfassen kann. Eines sollten Sie bei einer Pfändung aber niemals tun. Den Kopf in den Sand stecken, sondern immer aktiv handeln. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel